Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich mal was ganz anderes am Start und zwar seht ihr heute drei richtig kranke Bugs in FIFA 17 und falls ihr sowas feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir unbedingt etwas in die Kommentare und zwar ob ihr bei der Gamescom 2017 am Start seid, ich werde alle Tage am Start sein und falls ihr auch dort seid, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Okay Freunde, wir beginnen jetzt direkt mit dem ersten Bug und das ist dieser hier und zwar seht ihr hier schon, da ist ein Spieler und der steht halt einfach die ganze Zeit nur rum, dieser Spieler bewegt sich nicht, dieser Spieler tut absolut nichts, dieser Spieler chillt einfach auf dieser Position, das über mehrere Spielminuten und es ist einfach richtig weird. Ich habe euch das Video auch in der Beschreibung verlinkt, das war ein ganz normaler Squad Builder Showdown, aber dieser eine Spieler, der chillt einfach, der macht einfach nichts, der denkt sich so, yo, ich habe heute Pause, ich habe mir heute freigenommen und ich mache heute gar nichts. Richtig kurioser Bug und dann kommen wir jetzt auch direkt schon zum nächsten. Und zwar ist das dieser hier mit den Spielern ohne Köpfe, ja, die gehen da einfach rum, klatschen ab, ja, chillen ein bisschen ohne Köpfe, ja, richtig, richtig nice designed auf jeden Fall von EA, dass die Spieler hier, ja, einfach ohne Köpfe rumlaufen, finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr witzig und das musst ihr auf jeden Fall hier auch rein. Das ganze Video habe ich euch auch in die Beschreibung gepackt, das ist allgemein so ein Funny Fails Video gewesen und das müsst ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen, da sind auch andere richtig lustige Sachen dabei, also ist in der Beschreibung verlinkt und dann kommen wir jetzt auch schon zum grande Platz Nummer 1, kann man das so sagen, ich weiß es gar nicht und das ist ein sehr, sehr interessanter Fail, würde ich jetzt fast mal sagen und zwar habe ich sowas selbst noch nie gesehen, nicht in FIFA 14, nicht in FIFA 15, 16, 17, ich habe es noch nicht gesehen und zwar seht ihr hier jetzt ein Pack Opening und zwar von Real FIFA, ja. Der öffnet das Pack hier ganz normal und auf einmal sind da so chinesische Schriftzeichen oder irgendwie eine ganz komische Schrift, was ich persönlich glaube, ist, dass das einfach ein Anzeigefehler ist von EA, dass das so eine Kodierung ist, die die da halt eingegeben haben, zum Beispiel, dass die da irgendwas reinschreiben, dass da dann im Endeffekt Tempo steht und das hat halt irgendwie komplett rumgepackt und dann sieht das so aus, als wären das irgendwelche chinesische Schriftzeichen oder so, aber eigentlich müsste das glaube ich nur so die Hintergrundkodierung sein. Aber auch beim Vereinsnamen links oben war kurz auch so ein kleiner Fail, sodass das auch in dieser Schriftform angezeigt wurde. Ich finde das echt noch richtig kurios und sowas habe ich selbst noch nie gesehen, wenn ich so ein Pack ziehen würde, Alter, ich würde dieses Spiel nie wieder anrühren. Ich finde das irgendwie so weird, dass das einfach so komisch aussieht, sage ich jetzt mal. Und ja Freunde, das war es an sich jetzt auch schon mit dem Video. Falls ihr noch irgendwelche weiteren Bugs wisst, dann könnt ihr mir das gerne auf jeden Fall in die Kommentare hauen. Alles klar, ich kann gerade nicht sprechen. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare hauen oder mir das irgendwie bei Twitter oder Snapchat oder so senden. Und ja Freunde, das war es mit dem Video. Ich bedanke mich für's Zusehen. Lasst den Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr bei der Gamescom dabei seid. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Mal!